Thema dieses Filmes ist die Schilddrüse. Das schmetterlingsförmige Hormonorgan sitzt in unserem Hals unterhalb des Kehlkopfes und ist etwa so groß wie eine Walnuss. Trotz ihrer Größe spielt die Schilddrüse für viele Prozesse in unserem Körper eine erhebliche Rolle. Beispielsweise für den Herzschlag, die Körpertemperatur oder die Verdauung. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Untertitelung des ZDF, 2020